Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unseren Immobilien-Service interessieren. Wir möchten mit diesem kurzen Video die Chance nutzen, uns vorzustellen. Ich bin Sebastian Stengel, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin Ihr zertifizierter Immobilienmakler IHK und geprüfter Immobilienbewerter der Sprengnetter Akademie für diese wunderschöne Gemeinde Botnick. Ich bin seit 2001 selbstständiger Unternehmer und seit 2011 in der Immobilienbranche tätig. Stetige, persönliche, aber auch technische Weiterentwicklung gehören zu unserem Standardrepertoire und sichern den stets hohen Qualitätsanspruch. Unser Ziel ist es, für Sie den stets besten Service abzurufen und Sie fachkundig und professionell beim Verkauf oder der Vermietung Ihrer Immobilie zu unterstützen. Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, Ihre Immobilie zu verkaufen oder auch zu vermieten, können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Nutzen Sie dazu einfach unser Kontaktformular, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir sind jederzeit gerne für Sie da.